Geh los! Da sind wir wieder! Ach, gut erkannt! Ach, da sind wir wieder! Herzlichen Glückwunsch! So, weißt du, was geht's noch? Das ist ein Hängegleiter! 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 Robin, komm mal! Aber ich würde dich jetzt immer nicht machen. Das Buch war gut, oder? Ich finde das nicht. Das war keine Ahnung von Literatur. Oma! Ich fand gut, dass sie sich umgebracht hat. Es hat dem Buch mehr Wirt zu gehen. Und mit dem KZ hat das alles dann noch sehr spannend gemacht. Sag, wo fliegst du hin? Du sollst durch die Regen fliegen. Und du bist irgendwie aus der Stadt raus von der Insel. Ich verpiss mich, Indio. Ist hier nicht irgendwie... Wer ist die Gefängnisinsel? Okay, ich geh jetzt schon wohl hin. Ja, das ist nicht Elcatraz hier. Ich geh dann wohl. Ich geh dann wieder zurück. Ah, das macht Spaß. Das ist schön. Wirst du nicht so anstrengend? Ja, das war schon. Okay. Mann, scheiße! Ich hab einmal den Blumenverwürfel im Hörtspiel erhalten. Komm. Na gut, ich komm später wieder. Hä, Mann? Ich glaub, ich hab mich heute gehalten, ey, Mann. So, ey. Weeeeee! Okay, fertig. Jetzt komm ich ins Ziel, gegenüber zu Sarah. Ich glaub ich bin gleich beim ersten Ring. 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 Und nicht, ob ich in den Müll komme. Anderhands sind nur ein Ziel. Müssen wir jetzt warten bis ihm ein Ziel ist? Deswegen werden uns hier so viele folgen. Oh! Abschluss! Oh! Ey, wir können doch weiter fliegen. Wir können auch nicht fliegen. Oma, ich bin nicht dein Dicker. Du hörst, Dicker, wir fliegen. Jetzt nochmal. Was ist jetzt? Wir haben gemerkt, dass Sachen noch eine Weile brauchen. Wir dürfen auch noch weiter. Komm, dann mach doch nochmal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Danke, Gott. Absturz! Ah! Mann! Warum? Ah! Mann! Wird so ein World Trade Center-mäßig nachmachen. Na, da macht man keine Spiele drüber. Wo ich drück A. Wieso hat's denn genauso... Oh Gott! Was heißt aber auch noch Abdinger? Ja, ich hab mich immer noch verflogen. Ich bin nicht gleich irgendwo irgendwas mehr geflogen. Sieht was selber aus? Völlig verunkehlt. Robin A. Robin A. Robin A. Philipp A. Robin A. Robin A. Robin B. Robin B. Robin B. Los, drück, 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 A, A, A. Servus. Tschüss, viel Spaß bei Katrin. Sie hat sich da einfach hingesehen. Sie hat sich da einfach hingesehen. Nein, ich sah's hier noch gar nicht. Was soll ich denn machen? Ein schöner Stuhl? Ja, das ist doch gut. Na, du bist ja... Ist dir nicht da nicht schön weh? Und? Viel Spaß bei Katrin. Ich wünsch mir Katrin wie jetzt ins Bett. Ja, bei Katrin. Das ist für Timo. Oh, viel Spaß. Tschüss, ja. Tschüss. Am besten ist zwischen 18 und... Ja, deswegen gehen wir mal. 18, 20. Und auf 22 ist die Crazy Hour weg. Das ist auch für 3 Euro oder so. Klee-dolken, Klee-dolken. Klee-dolken, Klee-dolken. Hm? Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi, tschüssi. Tschüssi. Tschüssi, viel Spaß noch. Tschüssi. Tschüssi, tschüssi. Er klingelt eine. Ist ja schon... Geht um eine Stammba, seine Mutter. Das ist ja ein witziges Super. Wer warnt sich schon wieder? Robin! Braucht ihr das Spiel, was wir machen sollen, ja? ja er denkt sich ich auch nur gott ich bin es auch und falls die ranktypen und die oma ach so wir haben die ganze zeit aufgenommen ganz vergessen willkommen das ist ein geiles spiel sarada stand der namen ich schließe es schon an gut gemacht die leute werden sich bestimmt gesperrt warum sarah noch mitspielen runter gemacht also nicht runter ja das ist ich weiß nicht beleidigend abfällig ja nie ohne grund alter die oma geht hier ab sarah du musst in der röhre bleiben ja mann oma was ist mit dir los im altersheim kommst du nie aus dem sessel und hier was ist überhaupt für eine rutsche wer baut sowas hier geht die alte schachtel über ab hat schon dreimal ihr gebiss verloren man weiß doch wie oft ich gerne im rollstuhl fahre äh rollschuhe oder nicht rollschuhe rollschuhe natürlich auch aber das erste spiel wo sarah noch nicht rausgefallen ist weil das gar nicht geht ja das ist doch gut für sarah was sonst noch was soll das denn die bewegung hier will ich aber nicht es kostet zeit ich bin aber erster werden darum seid ihr die bluse abgefuckte rutsche weiter wenn wir die schamhaare achtung achtung jetzt achtung achtung guckt es euch an ach ich dachte ich müsste noch in so einem loch fallen probin sarah war voll egal äh hast du ja sarah ist grün ich hab's gut ich hab's gut ja ich hab's gut ich hab's gut kommt jetzt irgendwas mit stanz machen oder blasen hi ich bin oma und jetzt kommen bei jackass na gut tinklebein da meldet sich einer und bei jackass war oh jetzt kommt er auch okay und danach kommt blasen mach auf jeden alles gut hier wird's tischhockey genannt aber es heißt eher auch für alle korallentypen da draußen nein nein da will ich nicht rauf gegen meinen willen mach ich hier stanz rückfährt hier ist grad ne aktivität dann machen wir die jetzt wenn wir schon mal hier sind also einfach tricks machen tricks tricks macht tricks twicks der keps hoho wir haben dies ich bin halt philip mein oma warum bist du immer so schnell aber ich bin gegen den ständer da gefahren jetzt sagten ich hab übern ollie gemacht der wär sogar ein ollie neidisch wer ist denn der unten links da der schlechte nach wieder passiert bl Witch dich bl Witch weg gelandet so willkommen bei jettles achso wir nehmen hier auf ich hab gar nichts gesagt jetzt hier alle naja irgendwann nervt es auch naja bis hier nach mit mir dieses best-of machen was muss ich jetzt machen und es zu spät was für den best-of? nein für die Villa machen wir? ich muss nach hause aber ich mach das doch nicht alleine warum? du machst meine stimme nach ich geh ans telefon und sagst du hi nein welches z drück du mal a welches z da rein müssen und so was besonders cool war also 19,20 uhr muss ich nach hause 18,20 uhr muss ich nach hause nein 19,20 uhr nein 19,20 uhr weißt du was dann mach ich einfach das video und wir kommentieren danach ok? ok ok aber das geht nicht weil ja jemand in der villa mit mir reden muss das macht das ganze ja keinen sinn dann müssen wir das nächste mal machen wenn du wieder hier bist nicht gerade wenn wir resident evil machen aber dann eben montag nächste woche halt ich komm hier nicht raus aus dieser scheiß schanze kack skatepark hier einfach zickelelecken ich wollte irgendwie ein bisschen Gang hier weil hier keine anderen Leute sind Jumper Gang hier im Park aber voll schön das macht ja hey ich will euch ziemlich beschissen ja das ist halt ah so hier was ist das n Sinn? ey wir müssen mal dieses Laserschwertkampf-Ding suchen YOOOOO oder so mach brrrrrr ich mach' Sarah da OH NOOIN warum hab' ich die doofe in meinem Team Das ist ein Tor gemacht! Wie kann man denn so unfähig sein? Geh einfach an den Rand! Geh einfach an den Rand, Sarah, da kannst du gar nichts falsch machen! Geh doch mal vom Tor weg, Robin Hood! Mit Vorwart! Bam! Hat der Tiger getroffen! Taktik geht mir nicht ganz auf, aber ich seh' ich schon! Boah, Aufpick! Boah! Aber gut, den hätt' ich nicht kriegen können! Halt die Klappe! Irgendwann muss ich einfach nur das Vorwärtsschild machen! Sag, was war's denn? Geh ins Tor! Geh da hinten! Auf der Bank! Auf der Bank mit dir! Nein! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Da kannst du keinem was Böses tun! Damit hat er nicht gerechnet, der kleine rote Drecksack! Pfff! Oma, hä? Na, Oma, da guckete! Grau, Alter! Mach mal dein Gebiss wieder fest, du alte Hexe! Na, hast du schon Kacke in der Winde? Alter, bist du am? Oma, wer ist eigentlich dieser andere Mitspieler da? Der Typ mit den rosa Locken. Kennst du noch Toni? Und Asus? Den hast du mitgebracht? Wolliwalt. Die Schnecke, den Sahneschnittchen? Habt ihr eigentlich noch gefögelt auf dem Zimmer? Oder habt ihr das seiner? Dein Bett? Weißt du das? Nein! Ich hab mich schon gewundert, warum da alles so klebt. Boah! Hast du ja meine Oma mir verabredet gesehen? Das war deine Zahnbürste. Jiiiii! Echt? Wir sind hier schon wieder sehr abgebend, ich geh viel bei alten Leuten. Was soll ich denn jetzt abwecken? Was hat die uns gebracht? Scheiße! Ich kämpf selber ab, das war eklig. Ich find mich selbst eklig, sorry Enkel. Saga, mach doch auch mal was! Ich bin schon fast traurig. Ich lasse mich mal um die Zahn. Jetzt wie viele Punkte müssen wir das machen? Ich vergaß euch. Ich vergaß euch zu sagen. Ja, unser Informatiklehrer letztens. Ich vergaß euch zu sagen, dass ihr da alles ausfüllen müsst. Das macht man das nicht witzig, Sarah. Hannah wurde dafür ins Gefängnis gesteckt und hat sich dennoch... Ah, Mann! Ah, du Idiot, Toni! Vibrato! Vibrato! Mach! 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 ... ... Okay, no. ...